Mann, ich weiß nicht, wo er bleibt. Wollen Sie nicht doch etwas anderes ausgeliehen haben? Mein Filmclub zeigt eine Sylvester Stallone-Retrospektive und dafür brauchen wir Rocky Teil 3. Ey! Oh Mann, wo bleibst du? Du hast gesagt, du bringst ihn bis drei Uhr zurück. Der Typ hier wartet. Jetzt machen wir keinen Stress, ich muss nach Vollzugschlägerei, weißt du? Ne, echt? Ja, und Rocky Teil 3 hat mir voll dabei geholfen. Haben sich da was abgeguckt? Erstaunlich, was die Boxfilme der 80er Jahre im normalen Proletariat noch immer auslösen. Das ist für ein Spaß. Auf jeden Fall kam so ein Typ, haben da voll auf die Nieder gehauen, aber zum Glück... Hat ich da die DVD? Also, könnte ich dann bitte Rocky Teil 3 haben? Na klar kannst du Rocky Teil 3 haben. Du kannst Rocky Teil 4 bis 12 haben. Retrospektiven Arsch!